Das kriegen wir hin, das Magma-Girl, die echte. Hey, hey, halliholo Leute, ja, grüß das mal zu von mir. Wie ihr seht, ich spiele wieder mal Bad Wars, aber nicht alleine, nein, der V-Pain V ist dabei. Guten Tag. Ja, und V-Pain hat gerade so ein bisschen Blödsinn gemacht, der hat zu sagen gesagt, oh mein Gott, der Kala hat jetzt aber einen Zuschauer von mir, wäre hier das Ganze jetzt eingeblendet. Okay. 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 Oh mein Gott, ja, und jetzt bauen wir hier und spielen eine Runde Bad Wars. So, ich brauche nochmal Blöcke, 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 Blöcke rüberbauen und rushen, rüberbauen und rushen, los. Warte, ich kann ja auch noch Blöcke dann geben. Was sind die? Nein, bau einfach rüber, bau dich einfach rüber, bau dich einfach rüber, bau dich einfach rüber. Wenn der Papu jetzt sagt, dann mache ich das auch. Einfach rüberbauen mit so vielen Blöcken wie du kannst und, äh, jo. So. So, dann tue ich mich mal dem Typen anschließen. So, wir müssen uns nämlich, wir müssen so schnell wie möglich rüber und die Leute platt machen, das ist halt das Wichtige. Ich bin jetzt hier bei dir, ich warte bis deine Blöcke alle sind. Elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay. So. Bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Hier nimm das Schwert und bleib hier. Okay. Lol, da ist einer runtergefallen. Das ist nicht so schlimm. So, ich baue mich jetzt hier rüber. Ich habe noch vierzehn, dreizehn, zwölf, elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Geh doch weg. Warte, warte, weg da, weg da, weg da, weg da. Uh. Oh. Wir sind blau, ne? Ja, wir sind blau. Ich wurde gekillt. Yes. Ich wurde einfach mal gekillt. Das wollte schon immer in meinem Leben gemacht werden. So. Äh. Oh. 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 Brauchst du irgendwas? Nein, ich brauche gerade gar nichts. Ich bin nur gestorben, aber das ist mir jetzt scheißegal. Nur drei Steine dabei gehabt. Ja genau, das brauche ich. Ein Schwert brauche ich definitiv. Ich bin hier bei uns. Und Blöcke, ne? In der Bude. Ja, ich mache mir jetzt mal ganz auch noch mal eine Spitzhacke. Gib mir am besten mal ein Schwert, das wäre super. Ich mache mir kurz einen Brustpanzer. Hier ist einer drin, ne? Ich habe ihn gekillt. Danke. Das ist gut. Ich habe mich... Ah ne. Das ist ein gegnerisches Team. Ähm. Hier ist dein Schwert. Dankeschön. Ich renne los. Das ist halt die Sache. Man muss halt rushen. Das ist halt wichtig. Wir sind hier aber nicht bei Rush. Sondern bei Bad Wars. Achso, das ist einer von uns. Oh. Ich schlag den die ganze Zeit. Ja, das ist ein bisschen... Brauchst du eine Spitzhacke? Ich habe eine Spitzhacke. Okay. Blöcke? Die habe ich nicht. Soll ich dir welche geben? Ja, wäre cool, wenn du mal hinterher kommen könntest. Soll ich sie dir richtig geben? Ja, hart in den Anus, bitte. Okay, habe ich kein Problem mit. Nein. Pfui, aus. Bäh. Bäh, bäh, bäh. Pfui, pfui. So. Hier. Los, los, los. Und hier noch Essen. Ich lasse droppen, okay? Alles rüber. Alle rüber, alle rüber, alle rüber. Ich lasse Essen droppen. Hallo? Jo, danke. Das ist okay. Das ist okay. Ich musste gerade Hallo sagen, weil der Typ vor mir auf einmal gestoppt hat. Und ich dachte, dass mein Internet wieder abgeschmiert wäre, wie beim letzten Mal, als wir Badwoss gespielt haben. Das wäre natürlich ein bisschen kacke. Gebt mal alle hier weg. Ich will hier ein Dings bauen. Go, meine Kameraden. Das kriegen wir hin. Da ist Magma-Girl. Die echte. Und der Hamster kocht. So, ich geh durch. Ich geh durch. Ich geh durch. Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Ich halte sie auf. Ich halte sie auf. Leute, die gehen alle auf mich. Ich weiß gar nicht, wo das ganze Bett ist. Die töten mich. Mit ihren Fäusten. Da ist das Bett. Hilfe, ich sterbe. Und der ist tot. Der ist tot. Der ist gleich tot. Ja, genau. Er hat mich mit den Fäusten geblüht. Und die haben wir auch tot. Und ja, wir haben gewonnen. GG. Geile Aufnahme. Ja, Leute. Das war es noch mit der Folge. Ja, ganz kurz keine Rückmeldung gehabt. Deswegen stehe ich jetzt schon hier. Irgendwie mein Minecraft hat gerade ein bisschen rumgesponnen. Aber war eine echt geile Runde. Richtig schnell wieder rübergerusht. Haben die echt platt gemacht. Wuhuu. 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 Ja, echt geil. Danke auf jeden Fall an das Team, was bei uns dabei war. In der roten Runde. Falls ihr das Video seht, auf jeden Fall fühlt euch gegrüßt. Danke auf jeden Fall an euch, dass ihr so tatkräftig mitgeholfen habt. Ja, war richtig geil und hat mir wieder mal richtig gefallen. Bad Wars ist eigentlich immer eine geile Geschichte. Kann man sagen, was man will. Generell das Spiel an sich und auch immer die Folgen. Ja, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir, indem ihr einen Daumen nach oben gebt. Einfach nur einen Daumen nach oben. Denn das kostet euch nichts. Und damit zeigt ihr auch einfach, hey Kalle, das finden wir geil. Mehr davon. Und schreibt es mir natürlich in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und ja, ich schreibe gerne mit euch, wie ihr es ja wahrscheinlich gemerkt habt. Dass ich viel mitschreibe und antworte und so und so und so und so. Ja, das war es von mir. Ich wünsche euch Spaß auf Wiedergeschauen. Mal. Mal. Vielen Dank.